Komm so schnell wie möglich ans Steuer deines Lebens, bevor es andere tun. Sammle so schnell wie möglich Erfahrungen, damit du deinen Weg im Leben findest, damit du weißt, was du willst. Du kommst ans Steuer deines Lebens. Wie findest du deinen Weg? Ganz einfach. Schreib dir deine größten Träume auf, deine fünf größten und dann mach den, der im Moment am größten für dich ist, der dich am stärksten anzieht, der den größten Magnetismus für dich hat und probiere ihn aus. Und wenn der nicht funktioniert, nimm den nächsten. Und wenn der nicht funktioniert, nimm den nächsten. Willst du nicht volle Sicherheit spielen, nach einer Ausbildung oder einem Studium irgendeinen Job zu machen, nur damit du ein bisschen Geld verdienst, damit du das erste Auto dir kaufen kannst oder die erste Uhr, um einen tollen Eindruck nach außen zu machen, schau, wie ich es geschafft habe? Nein! Verschwende nicht deine Lebenszeit mit unnötigen Dingen, Dingen, die du nicht brauchst, Dinge, die du nicht haben willst. Wähle nicht zu schnell Sicherheit in deinem Leben, vor allem, wenn du mit einem Studium, mit einer Ausbildung fertig bist, sondern sei bereit, maximales Risiko zu fahren. Die Zeit, die beste Zeit im Leben, sich auszuprobieren. Zu probieren, was geht, was kann ich, was will ich aus meinem Leben machen, wo will ich hin, was ist für mich der richtige Weg. Dieses Spiel müssen wir alle im Leben spielen. Was ist für mich der richtige Weg, das kann dir keiner abnehmen. Keine Schule kann dir das abnehmen, keine Uni kann dir das abnehmen. Und das Problem ist, Schule war einfach. Zehn oder zwölf Jahre in der Schule, weil du jeden Tag nur das gemacht hast, was andere dir sagen. Uni ist noch einfacher. Du bist im System drin und jemand sagt zu dir, lern A, du lernst A. Doch sobald das vorbei ist, sobald das vorbei ist, geht es darum, dass du deinen Weg im Leben findest. Und das ist nicht mehr einfach, weil das Leben ist verdammt komplex geworden. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du aus deinem Leben machen kannst. Das kannst du dir nicht von jemand anderem mal klären lassen, was soll ich machen. So viele Menschen fragen mich, was soll ich machen, sondern du gehst deinen Weg im Leben. Du probierst dich aus. Hab den Mut, dich auszuprobieren. Geh maximal das Risiko. Sei bereit, auf Risiko zu gehen. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht auf Risiko gegangen wäre im Leben. Und Punkt Nummer 3, schreib dir deine Träume auf. Schreib dir deine Träume auf und der, der im Moment am größten für dich ist, fang mit dem an. Und wenn der nicht passt, geh zu Traum Nummer 2 und dann zu Traum Nummer 3. Mach dir bewusst, keiner kann den Weg für dich in deinem Leben finden, außer du selbst. Und hab keine Angst vor dem Weg. Du hast Angst, weil du Schulsystem, weil du Uni gewohnt bist, dass andere Leute dir sagen, was du machen musst. Und versprich dir, bitte versprich dir, versprich dir, dass du nicht aufhörst, so lange, bis du deinen Weg gefunden hast. Sag das einmal laut bitte zu mir. Ab jetzt gehe ich meinen Weg. Ab jetzt gehe ich meinen Weg. Ich übernehme volle Verantwortung und ich finde mein Ding im Leben. ich finde mein Ding im Leben. Ich finde es super wichtig.